Weniger Kopfschmerzen und Gibi, komm, let's go. Ich denk, du wirst nicht Anti machen müssen, aber du weißt schon, was ich mache, okay? Ich weiß. Hey, habt ihr alle so ungefähr hälfte Tanker denn? Ja, und wir müssen die Noterhälfte haben und die Kreuzerungs haben, ne? Lecki? 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 Drecki? 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 Lecki rausgestiegen, oder? Ja, ja, wir sind rausgestiegen. Ego? 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 Ich glaub, die haben sogar gegen Tanker geschossen, aber das explodiert nicht. Oder du musst halt... Du kannst mit ner Fuffi, glaub ich, musst du klopfen. Zehnmal draufschießen, dass der explodiert. Tanker geht ganz, ganz schwer kaputt. Oder du fährst halt rein. Hinter uns sind los. Jetzt kommt rein. Ego? Das Auto, das Auto. Das Auto, das, das, das. Das, das, das. Abei, 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 abei. Ey Gibi, ich kann direkt reinfahren, ich hab keinen Fahrer mehr. Die Masse sind zum nächsten Mal. 2 Autos aus der Masse wie sie sind. Hier, hier. Fick den, Fick den. Sie sind schon da? Ist doch schön, istşo. Kommt, Tanger! Kommt, Tanger! Kommt, Tanger! Kann sein, dass ich Kolle habe? Kommt, Tanger! Wir müssen hier ausrengen! Wir müssen hier ausrengen! Ja, mach das! Das sind so viele Autos! Kommt, Tanger! Was macht der hier? Halt rein! Scheiß auf ihn! Kommt hoch! Scheiß auf ihn! Kommt hoch! Halt, Halt, Halt! Macht euch breit! 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 Ey, komm, ey, von links! Ich brauche Hilfe! Links, 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 links! Links, 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 macht euch breiter, jungs, macht euch noch breiter. Ey, ey, weg, die will ich über euch ausschreiten, dass du scheiß weißt. Macht euch breiter, macht euch ganz breiter, macht euch ganz breiter, ihr seid besser, macht euch breiter. Macht euch nur noch unter euch, macht euch nur noch unter euch. Seine weg, auto rechts, los von euch, ne? Ja, die anderen weg, ich komm vor euch, die anderen zwei weg, ich komm vor euch, ne? Komm, komm, durch, komm, durch, komm, durch, komm, durch, komm, durch. Ey, liegt von euch, der ist noch kämpflich, der coole links von dir, ich schlose und ruf über die rechts. Scheiße, aber ich hab einen geholt, kacke, 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 kacke. Aber hochrennen war dumm, das ist wieder dieses Rückendrehen, einfach da immer Durchlauf. Ich sag, dieses Hochrennen ist nicht gut, dieses Rückendrehen, ich mag das nicht. Ich mag entweder die runterpushen, aber wir haben viele noch von denen geholt. Schade, Alia auch, ja, die sind noch, oh, hab, Bruder, wie viele sind die noch? Äh, ja, danke, Medic. Ja, du Spät vernichtige, ey. Mach mal einen Kreis um mich, mach mal einen Kreis um mich. Hallo? Wer bist du hier? Mach mal einen Kreis um mich. Rudolf? Rudolf? Ja? Wo ist Albert, wo ist Albert? Albert ist nicht da. Warum was ist Albert? Lass Albert in Ruhe, du bist da auch. Nein, nein, Albert, oder Albert, mein Patient, Bruder. Glucko. Glucko, lass Albert in Ruhe, du bist da auch. Albert, willst du wieder liegen, willst du wieder liegen? Machst du, als ob es 3-0 steht. Sasa, komm jetzt auf Straße, Sasa, zieh Waffe. Komm jetzt auf Straße, seid ihr noch wach oder geht ihr schlapp? Nein, nein, nein. Auf den Tjördick. Ey, nein, 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 bitte nicht. Ey, gib mir die Gute, gib mir die Gute. Ey, ich bin eine Bitch, ich bin eine Bitch, ich bin eine Bitch. Ich bin eine Bitch. Ich bin eine Bitch. Ey, Sasa. Boah, was wollt ihr jetzt eigentlich? Sag mal. Ich bin eine Bitch, ich bin eine Bitch. Ich bin eine Bitch, ich bin eine Bitch. Hast du ein Handy? Loco, haben wir zuerst, oder was? Ja. Ey, gib mir mal ein Handy, Loco. Haben wir ein Problem, Loco. Das tut nichts. Gib mir mal ein Handy. Was hast du, Kami? Haben wir ein Problem. Haben wir ein Problem? Wollen wir ackern gehen? Auf meiner Route. Deine Route. Wir nehmen uns hier einfach. Wir müssen warten eigentlich, Bruder. Aber wir machen das. Wollum, ich fick das nicht. Wegen Wasser. Aber das gibt's doch gar nicht, diese Warten. No, drei Tage, Bruder. Bruder, ich hab extra eine Tafelrunde gesagt, als wir da waren. Gibt's noch dieses Warten. Nein, man darf, man kann direkt wieder angreifen. So nämlich, Loco, hast du gehört? Frag morgen mal Bitcoin. Wenn, dann wird's einfach ein normaler Fight oder Ding. Aber... Nein, das ist gut. Wir machen das. Du sagst aber das alles gut. Wir machen das. Du sagst das jetzt, ja? Ja. Naja, ist alles gut. Wir machen das. Wir machen das. Wir sind doch schon da, Habibi. Wo sind unsere Autos? Wir müssen noch tanken, oder? Ja. Ja, aber fahr nicht hier. Fahr links oder safe links. Ich fahr irgendwo in die Stadt tanken. Wir haben letztes Mal, als wir hier waren, haben die reingehalten. Ich geh irgendwo in die Stadt, da kann ich nicht rein. Ey, das ist nicht du lest bei mir, Bruder. Fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Hey, hey. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ah, Gowalik, Gowalik. Doch, einer ist gestorben. Einer kann das aufwohlen gehen. Frau Gluck, die Waffenkosten waren. Komm, komm, komm. Der beieinander, der beieinander, der beieinander. Der beieinander. Der beieinander. Ja, die sind West Highway, West Highway. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Rechts, 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 rechts. Rechts, rechts, links. Ey, gib mir einen vom Backstab. Ey, gib mir den vorderen vom Backstab. Steck bei mir einen. Backstab, komm, komm, steck einer aus. Wir sind jetzt vor der Bank. 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 Ein Auto hält mit A und den Rest hält normal. 200 Meter vor Tanke. 200 Meter vor Tanke. 200 Meter vor Tanke. Sind jetzt an der Tanke. Sind jetzt an der Tanke. Sind jetzt an der Tanke. Mann, Digga, langsam. Bremst dich, Digga. Wir fahren die Tankstraße hoch. 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 Komm, mein Link. 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 Ich komm nicht vor euch, ihr kommt links vor euch! Mein Beispiel, mein Beispiel, mein Beispiel, treten links! Du kannst hier links hoch! Wir fahren auch wieder runter Richtung Westaway! Wir fahren immer wieder runter Richtung Westaway! Wir können nicht mehr weiter, mal weiter, mal weiter! Ich mach es noch mal runter! Ich mach es noch mal runter! Mach es noch mal hinter ihm! Mach die eine Linie, mach die eine Linie! Mach die eine Linie! Mach es nicht da, wo ihr Arsch! Mach das nicht weit! Mach das nicht weit! Mach das nicht weit! Ja, ja, ja! Eine Reihe! Eine Reihe! Seid es stehen! Seid es stehen! Halt es rein! Halt es rein! Halt es rein! Okay, komm, komm! Fass in den der Erd! Komm! Fass in den der Erd! Seid es stehen! Warte, warte! Richtig in Richtung H-Way! Richtung West-Sideway! Komm, komm! Schott! Was ist aufhören? Oh, da ist so ein Schuss! Wir müssen uns treffen! Ey, liegen alle? Boah, das war ein Contact, das war geisteskrank! Aber das meinte ich Shit! Genau das meinte ich! Wenn eine, wenn eine Partei einfach reinfährt, sind die anderen voll, keine Ahnung, und die wissen nicht mehr, wo links und rechts ist! Sooo, ihr kleinen Schlampen außer die Frauen! Wie geht's euch so, Kevin? Sehr gut, wir gehen sicher! Ey, du auch schon die Frauen! Waren es für die Beste, oder was? Nee, aber du musst mal zu ernst! Alles gut, wir nehmen nichts! Loco, was sagst du? Also Kevin, wollt ihr die Route jetzt in Ruhe lassen, oder wollt ihr weitermachen? Nee, wir wollen weitermachen! Aber Kevin, wir wollen doch nicht, dass ihr eure Waffen verliert, Kevin! Wir brauchen die Waffen! Wir brauchen die Waffen! Ihr müsst euch doch irgendwann verteidigen! Wir brauchen die Waffen! Wir brauchen die Waffen nicht! Sie brauchen gar nichts, sie sind die Hunde von Satudara, Loco! Genau! Die Hunde? Ja, die Hunde! Au, 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 au! Sie recht, Mr. Wilkowin! Wo ist Amanu, ist Amanu hier? Hm, leider nicht, ich glaub, da ist leider im Krankenhaus aufgestanden! Wo ist, äh, wo ist, äh... Wie heißt das? Dein Lieblingskandidat, Loco! Wie heißt er nochmal? Albert, Albert, Albert! Ja, hallo! Ja! Freut dich, dass du da bist! Ich schwörst dir, der hört sich in Science an wie Afrem, Loco! Ja, ja! Der hört sich echt an wie Afrem, bloß in hässlich! Ja, ja! Der hört sich echt an wie Afrem, bloß in hässlich! Ja, ja! Sehr gut! Sehr gut! Und hast du wieder Bock anwesend zu putzen von uns? Nö! Dann schickst du den auf jeden Fall putzen, Loco! Okay! Albert, du kommst euch mit, ja? Kommen wir mit! Albert auch runter am Bett putzen, ja? Bordeln ihn aber zur Seite, nehm ihn aber bei Fuß! Kevin! Er soll nicht von deiner Seite abwischen! Wieso hast du nicht gewebe mit mir erst mal, bevor du schießt? Ich verstehe sie nicht, diese Lippe! Tja, jetzt weißt du, womit ich jedes Mal kämpfen muss, wenn ich mit dir rede! Verdammte Scheiße! Wieso hast du mich nicht angerufen? Nicht mal ein Anruf kam von dir, bevor du geschossen hast! Weil ihr genau dasselbe gemacht habt! Stehst du euch für's reden? Nein! Für's schießen! Also, haben wir genau dasselbe gemacht, richtig? Genau! Also hast du mich angerufen vorher, richtig? Nein! Habe ich dich angerufen? Ja! Dann halt deine Fresse! Mach ich! Ich mag das, wenn ihr am Boden liegt, Hermano! So habe ich ein bisschen Sommerfelling! So denke ich, wenigstens der Gras kommt noch raus! Da kommt die Blüte noch raus, ja? Ich werde auf eurer Scheißfarbe Golf spielen! Verstehst du das? Mach das gerne! Verstehst du mich? Sehr gerne! Du pendejo di mierda! Ich bin pendejo di mierda! Was bist du? Das bin ich! Schlampe Kevin! Ich bin ein Schlampe! Wie kannst du dich trauen, mit so einer Kack-Truppe anzutreten, mierda? Das war grad ein Spatron! Ja, ja, Spatron! Das haben wir auch gestern mit euch gemacht! Da hast du leider geschlafen! Hä? Stimmt das, Hermano? Ja, das stimmt! Wir haben es gar nicht erwartet, du Vollidiot! Auf dem Berg habt ihr es nicht erwartet? Wie auf dem Berg? Auf dem Berg? Ah, du kannst dich daran erinnern! Das war auf jeden Fall kein Speedrun, ne? Du bist leider im Krankenhaus aufgestanden Speedrun? Das war auf jeden Fall kein Speedrun Dann war das nicht Kevin! Kevin! Ja! Also Hermano, dass wir das einmal abgehörten Ich muss einmal wissen was die Route wert ist, Loco, damit ich weiß was ich von den fordern Also war die Team ab mir vor einer halbe Million geboten, dann fordere ich von dir 800.000. Okay. Komm her, wo bist du? Versager. Komm her. Ich bin ein Versager. Wieso hast du eigentlich, äh, wieso habt ihr eigentlich je gekämpft? Wolltet ihr in der Nähe von der Polizei wieder kämpfen, damit die euch wieder rausholen, wenn was ist, Kevin? Wie letztes Mal? Wir haben das Patch gemacht, die sind leider nicht gekommen. Policia, Policia, bitte helft mir. Ich bin's wieder Kevin, euer Spitzeninformant. Wir sind keine Gangster mehr, wir sind Copcaller. Wir sind wirklich cool. Nein, die haben auch den Familien Bescheid gesagt, dass die rote Degen gehört und dass die den Dizon anbietet. Schlau, oder? Nein, das ist komplett kacke, wie deine Frisur. Was haben sie gegen meine Frisur? Bitte, bleib doch. Schau mal, Hermano, du bist, du bist genau wie irgendeine Fußballmannschaft, die denkt, sie ist richtig Profi, aber dabei ist sie irgendwie nur Pampers Liga. M.O.B. hat nur überhaupt Erwähnung wegen Big Sosa. Das stimmt. Weil das der alte OG, der alte Blatt war. Du Haufen Scheiße stehst für eine Sache und das ist für Würfelpark. Eure verkackte Truppe interessiert hier niemanden, Mierda. Da muss ich wieder hin. Also verpiss dich aufs Auto, wo ich dich kennengelernt hab. Bueno. Besorgt mir das Auto, dann gehe ich da wieder hin. RS 7 war das. Audi RS 7. Besorgt mir den wieder und dann setze ich mich wieder auf den Würfelpark. Das hat alles keinen Sinn mehr. Natürlich. Natürlich nicht. Versager. Wir sind Versager. Sagt, bis deine Leute ausgenommen sind. Okay. Und dann kommt die gefälligst nochmal wie Hunde kommt die nochmal gefälligst zum Kampf. Okay, wie Hunde kommt die. Wir bellen sogar, wenn sie da sind. Au, au, au. Was bist du denn für ein scheiß Hund, Mierda, der so komisch wählt? Das ist arabische Bulldogge. Arabische Bulldogge? Ja, ja. Hat sich einfach angehört, als ob du normal mit mir sprechen müsst. Ja, so ungefähr. Du bist wirklich nicht wortgewandt, Kevin, das muss ich dir lassen. Das muss ich auch nicht sein. Wieso? Was, was bringen die dann weiter? Gar nichts. Er hat gesagt, ich will weiterkommen. Also schießen auf jeden Fall auch nicht, weil ihr scheiße seid. Das stimmt. Traube, du bist ja immer noch bei denen. Natürlich, der Tag 1. Da ja auch. Das ist echt gut. Wir kommen gleich wieder zum Kampf. Ja, wir sind nicht so stehen in unseren Autos noch so. Liegt am Boden. Wir fahren hier raus. Warte, seid ihr alle ready? Habt ihr Antti, Becci, Becci alles reingedrehen? Ja, ja, ist alles. Ist alles. Kann sein, dass ihr euch auf dem Easterweber der Brücke da halt abfangen wollen. Und sie deswegen hier die ganze Zeit warten. Euch stehen immer noch haben und kurz. Denkt an die Schienen, ne? Becci wird wahrscheinlich gerne da langsang. Nachsten Masse geht weg. Ne, 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 ne! Nie, die Kiki, die Kiki, die Kiki! Nein, nein, gib Gas! Unsere Masse ist zu weit hinten. Innen mit der Masse von der Zona Vrethung. Sie stehen, die Stehen. Die Stehen gerade. Ich mach einen zurück, okay. Ich kann nicht schießen. Warte, warte, warte! Warte, warte! Kommst nicht, kommst nicht. Warte, 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 warte! Lass dich nicht späten lernen, lass dich nicht späten lernen. Lass dich nicht späten lernen. Lass dich nicht späten lernen. Wir sind in der Garage vorbei weiter Richtung um. Wir picken uns direkt raus. Jetzt kannst du wieder Gas nehmen. Jetzt kommen wir. Scheiße. Kamikaze, was soll ich euch sagen? Ich war Kamikaze. Ich war's, Chat. Ich war das vorderste Auto. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Jetzt alle drauf, alle drauf. Komm, 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 komm. Bitcoin liegt. Und auf den Easterway. Und auf den Easterway. Sehr stark, komm, 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 komm. Ein, der muss neu, ein, 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 ein. Wolle, wir lernen, wo liegt. Sehr stark, schau auf ihn. Sehr stark, Jumel. Haltet gegen. Bauten Est, Bauten Est. Herr Wein. Sehr stark, komm. Noch drei, noch drei, noch drei. Wir haben Runden. Ich hab keinen Schuss mehr. Ich hab keinen Schuss mehr. Komm, drei Leute. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Komm, komm, holt euch erstmal die drei. Geht erstmal auf die drei. geht erst mal auf die drei geht erst mal auf die drei die drei hohen kommen noch einer noch einer hat keine war er hat keine muni mehr karl hat es doch gewonnen eine revolution geht starten gegen wen gegen karl welche muni die wo wir alle nicht haben oder mr bitcoin die muni die wir alle nicht haben ist nicht der mobi sonst immer der allererste den aufstand anzettelt vergessen der aufstand gilt ja diesmal nicht in karlis deswegen macht ihr kein lasst euch weiter von rivera verarscht werden werden die essen und alle anderen verhungern lassen ich arbeite schon gerade gegen rivera aber sie kennt doch schon rivera das ist unmöglich gegen die zu gewinnen was hast du aus dem gemacht was hast du gerade aus rivera gemacht ich sag ihnen ehrlich die fressen uns wie keine ahnung was wir haben absolut keine ahnung mir da du hast auf den aus die hast du du hast sie gerade unbesiegbar gemacht warum feiten sie nicht gegen die wenn sie können wenn sie auch keine muni haben kämpfen kämpfen ist nicht der weg und was dann habe ich zu euch gesagt ihr zieht in den krieg mit denen was haben sie was meinten sie gerade sie wissen doch selber wenn sie ein wort gegen mendes sagen der macht auf einmal krieg draus und fordert 500.000 ja und was ist wenn zehn familien 500.000 von einer wenn er von zehn familien 500.000 ich kann es ihnen sofort erklären er sagt bist du bist du mir leid da sagt zu drei vier familien es tut mir leid und bums die kleinen familie das ist das aber beinhalten dass wir munition bekommen wir gehen in den kampf mit 50 munition was ist das dann lassen sie uns eine tafelrunde machen verpiss dich dir traue ich nicht über den weg du straßen köter wenn du wenigstens ein bisschen vertrauenswürdig wärst aber du bist jetzt leil mafias linkes ei gewesen jetzt ist er weg mir das bist du seine beiden weros das ist doch egal ob ich kann es doch gar nicht ernst nehmen ich bin vertrauenswürdig du bist vertrauenswürdig du bist vertrauenswürdig da wird dich schon mal jemand enttäuscht zahlt erst mal aus damit wir unsere ruhe haben ihr idioten schaut doch mal was die machen schaut doch mal was wozu uns die bringen dann lassen sie und lassen sie meine route in ruhe fertig mr bitkom ich kämpfe nur für hero route ja was mein was wir wissen wie oft wollen sie was sagen wie oft sollen sie was sagen reicht doch was hören sie mich nicht ich sag ihnen doch gerade erstmal auf die köter was 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 bleibst du erstmal hier bis ich dich hole weißt du kevin eine freist du nur eine frage ich mal sehen ich mich danach einfach mit dir zusammenzuarbeiten dass ich dir so wie es ist ich sage ihnen seit diesem seit diesem seit dieser razzia die uns passiert ist wollte ich der erste sein der einmal mit ihnen arbeit aber richtig wir sind eine gang sie sind ein kater hören sie mir auch zu kommen sie mal hey scheiße hat nicht geklappt also kannst du mich aufklären kevin was meintest du mit lass unsere heroinroute in ruhe wieso hast du nicht zu satudara gesagt lass unsere heroinroute in ruhe soll ich denn ehrlich sein ich habe vorhin ein kleines gespräch mit loko gehabt er meinte warte zwei drei tage und da habe ich mir meinen kopf gesetzt was meint damit zwei drei tage was bedeutet ihr wollt einfach nur eure tasche füllen die route wieder in ruhe lassen und etwas anderes angreifen ja das erwartest du natürlich ja klar klar macht doch wie du willst aber ich halte euch da auf weil nun mit was mit indem er uns waffen gibt die waffen wenn sie dir schmecken macht das gerne ich hoffe auch du holst die waffenroute du hast du holen du mir jetzt nicht einen aufgönner da dann nicht dann schlägt sie in deinen arsch rein besser du hast damals die muni-route schon auseinander genommen es hatten über über 100 civis über tausende von muni allein deine schuld weil du alle drauf gelassen hast alle deine civis und wenn du dasselbe mit der rote tust dann macht die auch keinen sinn mehr die rote willst du mich verarschen das ist geld was da rauskommt du voll idiot das kann niemals mit dieser rote passieren du idiot warum nicht was vergleichst du da du vergleichst gerade munition mit einer währung was redest du für eine scheiße bist du dumm okay ich bin dumm aber du 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 vergleichst gerade komplett was verschieden ist also sie wollen nur die rote das ist eine tage ihre für ihre taschen füllen und dann die rote in ruhe lassen warum man uns arbeiten schon leute es arbeiten familien auf meiner route es arbeiten richtige familie mit verträgen auf meiner route was redest du für wen hältst du mich das ist keine auf der route das ist keine auf der route die kusings sind auf der route die gast sind auf der route die tustag sind auf der route tut mir leid die gast ist nicht platz kusings ich habe keine familien drauf ich lasse meine ganzen zivis drauf weil ich selbst in der zivis habe wahrscheinlich sind dann mehr zivis hör doch mal selber zu mir was du da redest ich will nicht mit dir reden du wolltest du mir mir da du bist zu mir gekommen hast du zu schießen mir da auf einmal so passiert mit dir so ein peinlicher junge mir da du bist echt ein gossen kind weißt du das richtig ist aber nicht diese diese großen kinder mit ehre mir da diese ich habe scheiße gefressen ich werde das beste daraus machen du bist dieses gossen kind was man nicht mag einfach leute haben damals papierknüppel auf meinen kopf gehören auf dem in der in der schule und ich wurde angepasst und angekackt 100 prozent das waren eisenknüppel deswegen bist du so dumm das und ich bin immer durchgelaufen und die wollten mir eine flasche anstecken das ist sogar zweimal entstanden zweimal hatte ich kann kevin nicht fertig machen weil er sich selbst fertig macht ich bin am nicht fertig zu machen schau dir deine hartfresse mal an also habt ihr den alles abgenommen manus zischt ab macht euch fertig und kommt auf die straße perfekt keiner wird entfesselt von den diesmal wirklich dann bleiben wir hier bleibt hier ja wir schlafen hier klima und die wüsten oh was hast du bequem hier kevin voll bequem bruder ja Matthias mit micheln abzuscheln 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 jungs abzuscheln los right let me see u do it let do it right do it right do it